Was geht ab, liebe Zeus hier? Willkommen zu einer kleinen weiteren Folge von Fortnite, juhu! Leute, es geht wieder ab und das Coole ist, ich bin sogar live auf Twitch und meine Community ist schon dabei, mich hart anzufeuern. Hier drüben könnt ihr es sehen, passt auf. Mhhh? Was? Was soll denn das, Leute? Okay, so viel dazu. Naja, oh, die springen alle schon raus, warum tun die das? Ja egal, wir springen auch raus. So, wo wollen wir hin? Ähm... Ja, keine Ahnung, mir ist eigentlich vollkommen wurscht, die erste Runde wird sowieso jetzt total der Reinfall werden, weil ich bin absolut aus der Übung raus. Ich habe aber ganz viel Ninja mittlerweile geschaut, also Ninja oder keine Ahnung, wie man ausspricht. Das heißt, ich habe jetzt richtige Pro-Skills und werde es vermutlich extrem gut reinballern. Wir fliegen gleich zur City rüber, weil die City ist nice und mal gucken, ob ich dann ein bisschen was da reiß. Das hat sich gereimt, ich bin stolz auf mich. Okay, ich fliege mal zur Höhle hinter, weil da ist was drinnen. Wahrscheinlich werde ich gleich so abgeballert, dass es gerade nur raucht. Aber was soll's, das wird schon werden. So, hier rein. Dankeschön. Okay, schnell, 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 schnell. Immer viel rumspringen. Habe ich auch gelernt, ganz viel rumspringen und rumgucken. Äh, so, jetzt schauen wir mal. Ich hoffe, ich da reiß was. Also mein großes Ziel ist es, ein Kill zu... Oh, die Reifen funktionieren als Sprungbrett, gell? Das Spiel ist sowas von realistisch. Okay, ähm... Schnell, 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 schnell. Schnell rein, 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 rein. Oh, geil! Golde Waffe ist immer stärker. Geil. Ich will trotzdem irgendwie einen MG haben, weil ich glaube, ich bin nicht so zielsicher. Ich bin echt gar kein Gegner. Ist der echt gar kein Gegner? Ist der krass? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Na gut, dann ragen wir mal ein bisschen rum. Geil! Äh, hallo? Achso, mein Rucksack ist voll. Wer tauscht das hier aus? Blau ist ja noch besser, oder? Ja, denke schon. Ich bin wieder absolut genial hier. Ähm, so. Ich brauch ein bisschen Material hier, anders ist nicht schlecht, dass ich wenigstens ein bisschen was bauen kann. Genau. Ähm, ja, aber irgendwie... Ich muss den Ton auch ein bisschen lauter machen, als ich die Schritte auch höre. Irgendwie bin ich sehr alleine sogar. Das wundert mich fast. Halt! Nein, 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 nein. Obwohl so eine Pampe zu haben, wäre aber schon cool. Ich glaube, ich hau das hier weg. Oh! So, wieder zu. Okay. Also mit dem, dem viel rumhüpfen habe ich es noch nicht drauf. Aber die Pampe nehme ich mir. Die ist geil. Okay. Aber einen Kill habe ich. Mehr wollte ich doch gar nicht, Leute. Also mein Ziel ist schon mal erfüllt. Ist es mir wurscht. Ist es mir wurscht. Ui! Halt, wo will der hin? Oh Gott, ich bin gerade voller Draline, Alter. Was ist hier los? Ich will eine Treppe bauen. Oh. Ja, soviel dazu. So, dann sind wir schon in der nächsten Runde. Ich bin gespannt. Ich erschüsse. Wow. Digi, Alter. Ja, das ist mein Tod. Oder auch nicht. Geil, Alter. Hä? Da dachte ich bin tot. Oder das war sein Problem. Ich bin ganz schön geschwächt. Das nervt mich. Oh. Hä, wo ist er hin? Ja, soviel dazu. Ich bin so schlecht. Nein. Ja, Leute. Kann er es schaffen, dieses Mal mehr Kills zu machen. Wir werden es sehen. Okay, in der Pump kann es auch gut in so engen Geräumen. Oh Gott. Schön. Hä? Nein. 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 Das kann doch nicht sein. Oh, oh. Oh, 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 oh. Soviel dazu. Oben laufen sie schon rum. Oh. Ja. Das war wieder so eine superschnelle. Ach, das kann es nicht sein. Es geht los. Diese Runde wird absolut legendär. Das spüre ich einfach. Oh. Nein. Das geht es doch nicht. Ihr. Ah. Was ich gleich einen 1a guten Kill. Oh shit, 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 shit. Ich laufe runter. Geil. Nice. So. Ich gehe raus nochmal. Ich verstecke mich mal hier. Warte mal ganz bisschen. Taktisches Warten, Leute. Das ist ganz wichtig. Alter. Bin ich angeschwächt. Zwei Kills, Leute. Noch einen. Wir haben einen neuen Rekord. Ich laufe mal hier rein ganz kurz. Okay, ich wurde gelootet. Das wurde schon alles gelootet hier. Schade. Soviel dazu. Aber zwei Kills ist doch schonmal was. Soviel dazu, Leute. Ich kann nichts anderes als den Tanz hier. Oh yeah. Pistole. Hm, ich weiß ja nicht. Oh man. Das war so schlecht von mir. Ich geh jetzt mal hier in Deckung und warte. Da kommt... Ja, soviel dazu. Ich muss ein bisschen mehr rumspringen. Aber es war echt super schlecht geschossen. Leckt mich am Arsch. Da. Sehr gut geschossen. Sehr gut geschossen. Sehr gut geschossen. Ja. Das war doch ziemlich cool, oder nicht? Oh, da ist einer. Kurz sagen, Alter. Kann ich sein hier. Spielt so scheiße. Okay. Schnell, schnell. Mullbinden ran. Nice. 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 Diggi. Erstmal verbinden. Was war denn das jetzt? Der Typ da. Den holen wir uns. Wo ist er? Da ist er. Ist hochgelaufen. Schade. Schade. Ja, Leute. Dann war es das wohl mit diesem Let's Play. Ich hoffe, es war irgendwie unterhaltsam. Ich wollte die Boogie Bombe wenigstens ausprobieren. So ein Scheiß. Aber ich habe zwei Kills gemacht. Oder? Oder einen Kill, glaube ich sogar nur. Ja, egal. Das war's. Dann bis dann. Euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Dann bis dann. Ciao, ciao. Juhu. Ach, meine Verabschiedungen. Die waren auch schon mal besser.